Das ist hier ganz super laufen. Das wär scharf jetzt. Ja, das ist ein Rundgang. Wir gucken, ob noch Leute da sind. Ja, wenn du alles durchguckst, man kann auch nicht rausgehen, dann kommt man zu dem Teil von Keine Ahnung. Draußen, oder? Keine Ahnung. Machen wir die Tür auf, oder? Kleine Löhne sogar. Kleine Löhne. Ja. Wer hat mein Ticket bezahlt? Ist ja auch hier draußen. Hier vorbei? Ja. Ja. Sehr gut. Schneit er durch. Sebastian. Da hast du Bahngreis noch. Ja. Guck mal. Schneit er durch. Das sind jetzt nicht viele. Sebastian. Ja. 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 Ja, Leute. Deutsche Bahnmuseum. Ach, man. Zu jetzt. Abgeschlossen. die haben wir schon alles gesehen ach das was die eine wo drin war rolle schon oben? nein, noch nicht? ok, lässt die gelegenheit das kommt da hoch ja das ist die S-Band die in München gefahren ist, richtig? ja da hin da hoch? ja da kommst du echt da hoch ach so da kannst du den Turm herkennen echt rolle was hängen? runter ist das letzte Willigkeit, wenn du so schlägst das richtigste, oder? ja, schön die Stelle auf oben ja, hier hast du die Stellwerke gemacht ja ja, interessant ja ja, da war das sehr interessant hier ja 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 sehr interessant hier ja 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 das System ist echt cool, dass man denkt das System ist echt cool, dass man denkt drin ist, voll ja, aber guck mal ja Sebastian ja 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 Sebastian ja 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 Ich bin auch in Südöln. Ich bin auch in Südöln. Ich bin erst. Wir machen das gleich hier zu. Ich komme kurz hin da. Können Sie kommen ganz kurz da. Das waren die Müsse in Ostkorn. Ja, cool. Haben die von Fakir Goethe drauf gespült oder was? Von Fakir Goethe, haben die hier drauf gespült? Siehst du mich an den Film? Ja, cool. Ja, cool. Ja, cool. Da kann man noch reingucken Sebastian. Okay. Ja, cool. Ja, cool. Ja, cool. Ja, cool. Ja, cool. Haben wir alles gesehen? Ja. Ja, cool. Schönen Feiern noch. Ja, danke. Die waren vorhin noch drin gewesen, wo auch gefilmt haben drinnen. Die Leute. Haben doch alles geschafft Sebastian, siehst du? Ja, super. Klasse. Wir gehen hier raus. Ja. Doch, nur eine Ausgabe wieder. Wir sind ja viel um den Gänge abgetrompt hier. Leider. So. Cool. Das sind wirklich lange Arme. Da sitzt du noch mit der Maschine rum, guck. Ja. Das ist von Wann in die Welt. Ja. Wir wollen jetzt mich auf Feierabend machen. Ciao. Ciao. Goodbye.